Ich bin Marcel Luder, ich komme von Aufträgen und wir melden seit vier Jahren mit dem Hapel Roboter. Wir haben uns für den Hapel Roboter entschieden, weil wir vorher schon Hapel gemolken haben mit der Rohrmelbhanlage und uns gefällt vor allem der Aktivpuls, wie es die Sitze gut entlastet wird beim Melken. Bei uns haben die Tiere einen freien Tierverkehr und man merkt gut, sie sind recht ruhig im Stahl und können zu jeder Zeit gehen, wenn sie wollen, zu melken und ich finde es ist ein guter Tierkomfort. Die Arbeit hat man gleichzeitig auch, man muss es gleichzeitig auch kontrollieren, selbstsicher, aber man ist nicht mehr so zeitgebunden, man ist viel flexibler, gerade während der Erntezeit, dass man das Heu eintun und dann in den Stahl haben. Das sind eigentlich die grossen Vorteile. Der Betriebsablauf ist sicher klar, dass wir so eine Zeit flexibler geworden sind, damit wir auch mit den Lohnarbeiten während der Stahl noch an der Presse sein können und nachher den Stahl machen können oder dass meine Bründin oder die Mutter den Stahl machen kann, alleine ohne dass das eine Menge Arbeitskräfte braucht und eigentlich so ein Ring gemacht werden kann. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018